Schau mal bist du schon mal gestorben? Nee. Aber kommen die gar nicht mehr... Fängt alle hier hinten um. Haha, die kriegen sich gar nicht hin. Gibt er nicht? Ja. Morgen morgen Leute, was geht bei euch hier ist wieder Sens-less Survivor mit einem neuen Video für euch und zwar geht es diesmal um Paladins, was ich am Montag den 22. mit Pascal gespielt hatte abends und ja, es lief richtig geil für uns. Also, ich hatte es vor zwei Jahren mal gezockt. Nicht lang, glaube ich bis Level 14 oder so und ja, am Montag, wie gesagt, haben wir dann zusammengespielt. Lief richtig geil, es lief fast zu gut sozusagen. Ich habe dann am Dienstag das Video geschnitten, habe es hochgeladen auf YouTube und wir haben am Dienstag Abend noch mal gespielt, dann lief es gar nicht mehr ganz so gut für uns. Ich habe mir das Video dann am Mittwoch noch mal angesehen, was ich hochgeladen habe und habe dann festgestellt, die Namen der Gegner waren einfach zu sauber. Also Axe und Chalice und Brown und Genos oder wie sie nicht alle heißen und habe dann mir gedacht, stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe gegoogelt nach Paladins und Bots, bin beim Paladins Wiki dann fündig geworden und habe die Namen gesehen und es waren Bots. Wir haben also nur gegen Bots gespielt und haben uns gefühlt wie die König. Also nun war die Frage, dann stand die Frage im Raum, was mache ich mit dem Video? Ich meine, das hat mir ja schon gefallen und so und es hat auch Spaß gemacht. Aber gegen Bots spielen ist ja nun nicht gerade eine Glanzleistung. Aber ich will das Video trotzdem hochladen, weil es schon wieder so geil ist, wie wir uns dort gefeiert haben, Pascal und ich. Wie die Größten, wie die Kings, haben wir dort alles niedergemetzelt und haben uns übelst gefeiert. Das alleine ist es mir schon wieder wert, das Video da zu lassen und es mir halt sozusagen meine Historie zu klatschen und ja, ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß damit oder habt ein bisschen Spaß damit und ja, wer konnte es ahnen? Wir haben ein ganz, ganz normales Spiel gesucht und sind bei Bots gelandet. Das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Okay, gut, genug gequatscht jetzt. Los, viel Spaß damit und ja, bis bald. Tschüssi, euer Senzler Survivor. Tschüssi. Weil für zwischendurch ist das schon ganz cool. Ja, man muss es mal schon eine Weile spielen, damit man reinkommt. Ja, ja, ich war jetzt alt, dass man es nicht als Hauptspiel hat. Ach so, ja. Aber vielleicht packt es uns ja und es wird unser Hauptgame. Ja, nein. Hand. Hand ist mein Hauptspiel. Hoch hier. Boah, der Baum hat mir richtig auf Folge gekriegt. Trink dich, Alter. Der scheiß Baum, Alter. Der ist schon tot. Ich bin schön auf Folge gekriegt. Die scheiß Schildkolle muss auch noch weg. Das hässliche Vieh. Nein, aber... Aber der ist zu krass, der Baum. Wo sehe ich meine Munition eigentlich? Voll Kopf immer direkt. Du weißt, dass du Spezialfähigkeiten hast, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, du weißt doch nicht, was du machen. Die hat überhaupt keine Schlitte, ey. Ich glaube, der Baum kommt einfach. Ich packel ihn ab, den Hund. Er steht da irgendwie rum. Was will er? Er heilt sich, Alter, wie wahnsinnig. Und da liegt er im Dreck. Der Baum, das arme Schwein. Mein Freund, der Baum, war tot. Der Ritter hat jetzt sein Schatzschild, ey. Oh, jetzt hat es mich zerrissen. Wie viel habe ich eigentlich getötet? 28 Kills, Alter, mittlerweile. Puh. Da haben wir uns gerettet. Der Tank weiß überhaupt nicht, wo er sich hindrehen soll. Puh. Puh. Der scheiß Baum ist hier wieder hinter mir. Ja, ja, der hat sich nämlich gerade angegriffen. Der heilt sich, der Idiot. So, dort ist er. So, da ist er einfach witz, Leppmann. Einfach nicht. Alter, es geht davon. Da kommt der Dickste. Der Baum ist hier, oder? Da brauchen wir nicht wieder erschlagen, Alter. Wieso haben wir Fall geschlagen? Was? Was? Die haben die doch mal platt gemacht, ey. Wir waren die übelste Tiere, Alter. Was ist ja los? Alter, Falter. Warte, ich muss jetzt mal was kaufen, jetzt hier Schönes. Warum kann ich nicht sehen, wie viel du umgebracht hast? I don't know. UK? Was ist UK? Ich hänge am Galgen, aber auch doch. Fette Schildfolter, du hässliches Ding, aber. Hinter uns. Der Baum ist noch wieder. Der kann sich immer heilen, dieser Drecksack, ey. Nein, ich bin runtergefallen, ich wollte mich. Nein, ich hänge fest. Geh weg, stirb. Sie haben es auf mich abgesehen. Wo geht's hier raus, Alter? I don't know. Da kommen sie schon. Das ist geil, ey. Die Schildfolter muss tot. Ich muss sterben. Oh, wie die gefällt, obwohl wir nur Schaden hatten, ne? Ja, ich hab Errungenschaft freigeschaltet. 45 Eliminierung. Ach, geil, ey. Seh ich nicht mehr, was ist da los? Das ist komisch, ne? Also, ich versteh's auch nicht. Wie kann ich denn das sehen? Doch, du musst oben drauf. Wie oben? Oben ist so eine, da oben ganz rechts, der. Da siehst du die. Du hast. Wie viel hast du denn gemacht? Weiß ich nicht. Kills hab ich 10, oder was? Tötung 4, was? Was heißt denn KTU? Keine Ahnung. Dräne 34. Ach, genau. KT. Ach, Kills, Tests, Unterstützung wahrscheinlich. Ja, aber ich hatte ja Kills 45, sagt er mir. Das passt ja vorne und hinten nicht. Ja, hatte ich auch nicht. Ich hatte auch mehr. Wahrscheinlich ist das alles zu... 14 sind 35, 39 Kills. Passt nicht. Also bei mir haben... Und hier steht ja 45. Und wenn ich mal da zähle, dann sind das ja 49 bei mir hier. Ne, 45. Deine Tote zählen ja nicht mit als Kill, oder? Ich weiß überhaupt nicht, wo es ja lang geht, Alter. Ich habe doch schon geschossen. Da kommen sie. Alter, was habe ich denn für eine B-Natte-Waffe? Der schmeißt ja auch noch eine fette Bombe hin. Kann ich nicht. Ey, hier sind wir. Nee, wir kommen die. Nee, wir kommen die. Nein, wir kommen die. Nein, wir kommen die. Verkleinern, Schmetterlinge. Gibt es ja auch Headships, eigentlich? Ich glaube schon. Ich könnte bei mir aussehen, dass der Headship mehr Schaden macht. der arme schmetterling was habe ich noch ich habe schon mal eine 13er strähne ich habe 8 aber ich weiß gar nicht was was welche attacke was hier ist wann müssen wir hier auf ist das irgendwann mal was wir müssen nur die zonen das hat dann hier ein kleiner schmetterling das stört man dauernd da hat keine chance der scheiß schmetterling es ist richtig gelassen es ist schön dass das schmetterling wieder am arsch die kommen hier hin und sterben aber aber die kommen hier hin und sterben der komische fuchs auch gleich in den arsch gewillt der scheiß schmetterling ist wieder da ich bin tot ich bin nicht schnell du bist du schon mal gestorben ne das ist ein schild dieser ist ein schild das ist ein schild ich habe eine 31er Guck mal, die hat einer nur voll killt. Stimmt. Sonst haben die Gott nichts. Der tut's mal killt. Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen abwesend. Warum? Mit meiner Frau, aber jetzt bin ich wieder da. Die Lab ist echt gut für die Glissier. Schnell noch, die vorankommen. Aber kommen die gar nicht mehr. Bringt sie alle hinten um. Die schütteln die alle hin. Die sind ehrlich? Ja. Du alleine? Ja, jetzt kam noch einer dazu. Du hast die Gott verkündet, da hinten. Was ist da? Irgendwie suchen die den Tod. Irgendwie suchen die den Tod. Aber das ist schlecht ausbalanciert, ne? Entweder ist man voll hoch aus am fliehen oder man ist nur am fliehen. Ja, schieben erfolgreich. Er wurde vom Drachen-UK, Alter. Ach, Mann, ey. Es lohnt sich gar nicht weg zu bleiben, weil sie sterben so wie die Fliegen. Was war mit wem? Was hast du da für ne Perle? Taira. Oh, ich brauche Heidel. Oh, danke. Die sterben nach vorne alle wieder am Spawn, Alter. Ach, Mann, ey. Kommt gar nicht mehr raus, wa? Oh. Ja, ich will sehen. Oh, jetzt haben sie ihn hier gepackt. Jetzt war ich zu forsch. Kommen die auch mal da raus dahin? Schade, jetzt wo ich mich komplett ausgestattet hab. Die kamen ja gar nicht raus. Die hatten Schiss. Danke. 注